Hallo Christa Wentschi und Willkommen zu ZAR Online Volum Realization Warten wir, dass ihr wieder zuschaut So, als erstes mal haben wir unser erster Quest gemacht und haben alte Bekannte Entschuldigung, alte Bekannte, nein, ich meine, bekannter Gesichter getroffen So wie Jui, Swer, Yuki, Trillia und Sinon Und da bin ich froh, die wiederzusehen, weil Alba liegt nicht dabei Also eigentlich die haben nicht ins Spiel zu suchen Das hat ein Kollege mir gesagt So und jetzt schäumen nach Ne, eventlich nicht Geh zur Teleportplaza um auf Abenteuer zu gehen Okay, das war jetzt So, ich muss kurz die Gruppe ändern Nein, ich will Wenn ich Ich kann's kurz die Gruppe ändern Ich kann's gar nicht mehr Jetzt wieder das Buffer Okay Ok Ich kann irgendwie nicht wählen Ich möchte das Spiel auch schnell beendet Jetzt So kann ich nicht wählen Wir gehen erstmal zur Teleplase Ich habe nichts im Hintergrund Auf gehts Ich habe mich Das war's für mich, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt hatte. Ach so! Ich habe es geschafft! Ich dachte, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt hatte. Ich gehe jetzt an den Revenzeln. Ich habe es bereits verletzelt. Oh! 間違いない あのメッセージが送られてくる直前に見かけたNPCだ 俺のことを追ってきたのか それとも単純にここが徘徊ルートのだけなのか ぼーっとしてました あ、あ、いや、こっちこそ気づかなくて 手を貸すよ えっと、前にもここで会ったことはあるよな うーん、話しかけてもこれといった反応はなし となるとナビゲーション用のNPCということはないよな 普通に考えればクエストNPC だとしたらクエストを開始するワードがあるはずだ なあ、君 何か欲しいものがあったりしないか 欲しいもの? 違うか それじゃあ、どこか行きたい場所があるとか なあ、発生した 発生とは い、いや、こっちのこと 目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ わかりました あ、パーティーに入った 名前は… あれ? 名前が空白だ HPゲージの上に出るはずなのに クエストをクリアしたら判明するとか そういったパターンなのかな どうかしましたか? ああ、ごめん それじゃあ行こうか そういう事が見つけたら その時間がおかしい 次の場所は ステキルドルの作り方が そういう事は 非事物を楽しむ ライアさま翔筱さん に散らして アローククエストを よくしっかりして 正しい なんて あれ? こそきに 今度は 流石さを 見てくれて 確かに Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Reaktionszeit eines Charakters wird schneller, wenn seine Gefühle sich entwickeln und stärker werden. Schnellere Reaktionen lassen sie im Sprengen und Handeln. Du kannst zwischen dem Startfenster und dem X-Skill Fenster wechseln. Der Level des X-Skills erhöht sich, wenn der Charakter diesen Skill benutzt. Erhöre den X-Skill für einen Charakter, um die Dauer des Skills zu erhöhen. Falls ein Charakter einen Skill erhalten hat, den er nicht nutzen soll, kannst du den ebenfalls festlegen. Du kannst jetzt bestimmten Skills Sterne zuordnen, wenn die Immersionsstärke des Charakters groß genug ist. Die höhere Anzahl der Sterne ist durchfaltiger, wenn ein Charakter seinen X-Skill einbiss. Heiterhaft kannst du im Statusfenster den X-Skill für einen Charakter ändern. Am ändern eines Skills wird der Level des aktuellen ausgerüsteten X-Skills zurückgesetzt. Fertig. Neue Information von dem Tutorial mit dem Hauptmenut zugefügt nach. Bring weitere Details. Ok, das ist der Zunäge-System. Da ist nichts. So, was muss ich jetzt machen? Verlasse die Stadt für die Quest der NPCs. Die Stadt verlassen? Ja, muss... ach da... ...ja, gehen wir. Zeit loszuziehen. Ehm... ... 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